Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Heilen in der Neuen Zeit. Mein Name ist Manuela Emrich, ich bin Bewusstseins-Trainerin, spirituelle Lehrerin und Herzensheilerin. Und ich werde in meinem Vortrag darüber sprechen, in welcher aktuellen Zeitqualität wir uns jetzt gerade befinden und was es bedeutet zu erwachen. Und ich möchte auch gerne darüber sprechen, wie sich dieses Erwachen anfühlt und was das für Stolpersteine mit sich bringt und für Herausforderungen, weil ich diesen Weg schon gegangen bin. Und ich möchte dir einfach dabei helfen, dass auch du diesen Weg gehen kannst. Und ich möchte dir Mut machen, weil er oft nicht leicht ist. Und ich möchte dir einfach den Mut machen, dass du bitte niemals aufgibst. Und ich werde auch darüber sprechen, was wir in den letzten Jahren aus uns Menschen alle gemacht haben in unserer Leistungsgesellschaft. Ich werde darüber sprechen, warum es viele Menschen krank gemacht hat, nur noch zu funktionieren und nur noch aus dem Kopf heraus zu leben. Und ich werde darüber sprechen, wie wichtig es ist für die Heilung in der neuen Zeit, dass Menschen wieder ihr Herz spüren, dass sie sich selbst wieder spüren, dass sie wirklich lernen, auch wieder in sich reinzuhören. Und was mir vor allem ganz, ganz wichtig ist, dass jeder Mensch deshalb anfängt damit, in sich rein zu spüren, damit er endlich herausfindet, wer er wirklich in seiner Tiefe ist. Weil ich glaube wirklich, dass Heilung nur dann stattfinden kann, wenn jeder Mensch wirklich sich selbst lebt. Das, was er wirklich ist, ohne all die Vorgaben aus unserer Vergangenheit, aus unserer Gesellschaft, aus dem Schulsystem, aus dem, was andere sagen. Und das ist für mich essentiell wichtig, damit ein Mensch sich selbst heilen kann, dass er herausfindet, durch Erweiterung seines Bewusstseins, und auch darüber werde ich sprechen, wer er wirklich ist, was Gott wirklich mit ihm vorhatte, als er ihn auf diese Erde geschickt hat. Was seine Seele für eine Aufgabe hat. Was seine Talente und Fähigkeiten sind. Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass viele Menschen nicht glücklich sind, weil sie gar nicht ihre Talente und Fähigkeiten ausleben, sondern weil sie ganz viele Dinge tun, die ihnen keine Freude machen. Und zur Heilung der neuen Zeit gehört es für mich wirklich essentiell dazu, dass wir alle nur noch das tun, was uns wirklich Freude bereitet. Weil das ist das, was es glücklich macht. Und wie du das erreichen kannst, was du dafür tun kannst, welche Herausforderungen es auf diesem Weg gibt, darüber werde ich in meinem Vortrag sprechen. Ich freue mich sehr auf dich. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ja, let's go. Lasst uns über die Heilung der neuen Zeit sprechen. Und lasst uns wirklich gemeinsam all die verletzten Herzen in dieser Welt, dadurch, dass wir sie wieder öffnen und dass wir uns wieder für das Fühlen öffnen heilen. Danke, dass du da bist und ich freue mich sehr, wenn du bei meinem Vortrag dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn du bei meinem Vortrag dabei bist.